Wir werden angegriffen. Der Feind kann sich nicht vor mir verschwinden. Der neue Meister der Orks ist ein Kral. Er oder es muss die Macht sein, die die Orks mit solcher Brutalität und Präzision antreibt. Wir müssen unsere Mission verlangen. Ich tue, was mein Vater verlangt. Der Feind greift uns an. Unsere Stämme werden angegriffen. Ich tue, was mein Vater verlangt. 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 Geister leitet mich. Ja, verfügt über mich. Ich bin ganz bereit, Meister. Meine Klinge ist bereit. Wir müssen unsere Mission vollenden. Ja, Meister. Die Geister sind mit mir. Ich nehme ihnen ihre Macht. Ja, so ist es bestimmt. Ja. Ja, Meister. Ja. 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 Du wirst mein Vater verladen. Du musst Draga Tyrons Brut sein. Ich jagte von deinem Vater Tyron und dessen Vater von diesem Lampter. Die hier wird es nicht besser ergehen. Woher kennst du mich, Ork? Ja, Tyron erzählt seinem Sohn wohl gar nichts. Du bist der Jüngste und die beiden älteren Söhne nahm ich ihm. Vernichtet ihn. Soll ich ihn in ihre Seele nehmen? Wie? Okay. Ja, Meister? Was soll ich tun? Los geht's. Hä? Wir werden angegriffen. Was benötigt ihr? Die Ochs sind tot. Tyron Grals Wille wurde befolgt. Treibt die Herde zusammen. Wir bringen sie in die Ebenen. Die Ebenen. Die Ebenen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 zu diensten meister was benötigt ihr zu diensten meister zu diensten meister zu diensten meister zu diensten meister die forschung ist abgeschlossen meister zu diensten 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 meister Wir brauchen die Trollen, um durch Norans großen Wallen zu brechen. Wir werden von Kreaturen aus den Tiefen angegriffen, Kriegsherr. Das sind dieselben Monster, die Grogan Khan und seinen Leuten zusetzten. Wir müssen ihr Nest finden und sie vernichten. Das Gebäude ist fertig, Meister. Was soll ich tun? Dafür brauchen wir mehr Gold. Zu diensten, Meister. Ja, Meister. Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Piekenkämpfer vorwärts. Bogenschützen nach hinten. Die Stämme sammeln sich hier. Das Gebäude ist fertig, Meister. Wahrgesprochen. Es sind tatsächlich die Kreaturen aus den Tiefen, die Grogan Khan und sein Volk töteten. Wir müssen einen Weg nach unten finden und sie vernichten. Das Gebäude ist fertig, Meister. Unsere Stämme werden angegriffen. Der Feind greift uns an. Unsere Stämme werden angegriffen. Was benötigt dir? Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Ja, Meister. Ich tue, was mein Vater verlangt. Was soll ich tun? Was benötigt dir? Was soll ich tun? Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Was benötigt ihr? Das Gebäude ist fertig, Meister. Das Gebäude ist fertig, Meister. Was soll ich tun? Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Ja, Meister, über mich. Ja, Meister. Ja, Meister. Was soll ich tun? Was benötigt ihr? Ja, das mache ich. Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja, Meister. Was soll ich tun? Was benötigt ihr? Was benötigt ihr? Dafür brauchen wir mehr Gold. Das mache ich. Ja, Meister. Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Was soll ich tun? Das mache ich. Ich bin kampfbereit, Meister. Ich bin kampfbereit, Meister. Ich bin kampfbereit, Meister. Meine Klinge ist bereit. Ihr befehlt? Das Gebäude ist fertig, Meister. Das Gebäude ist fertig, Meister. Da! Da! Die Forschung ist abgeschlossen, Meister. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist das Gebäude. Das Gebäude ist so großartig, Meister. Die Geister sind mit mir. Die Schwestern der Fenmarer danken euch. Wir wurden von den Menschen entführt. Wir ehren die alten Schwüre und bieten Drager dem Sohn Tyrons unsere Hilfe an. Es scheint, ich bin aller Orten bekannt. Ich nehme euer Angebot an. Wir haben einen geringeren Zauber der Gasform, der euch helfen könnte. Mit ihm können Krieger in Dunst verwandelt werden und mit Leichtigkeit durch jedes Hindernis schlüpfen. Wir zeigen es euch. Wir nehmen euer Angebot an, Schwestern. Abdank. So können wir den großen Ball durchdringen und die Menschen überraschen. Nein! Nein! Soll ich ihn in ihre Seele nehmen? Soll ich die hauert? Soll ich uns nicht in die Geisterteile kommen? Soll er in die Geisterteile sehen? Soll ich mich nicht in das Fensterichслиmer? Also dass ich das in der Registration bekomme, oder was ich uns aus der Neumfelsggel ist, was ich in der Seele nehmen? Aber das ist der Geisterteile im die Geisterteile. Was das? Soll ich nur in der Mitte. Soll ich mich nicht noch? Soll ich dasbeste. Soll ich nicht, was ich nicht, Ja, Meister. Ja, Meister. Herr Meister, meine Klinge ist bereit. Ja, Meister. Ich will bloß... Was benötigt ihr? Los geht's. Ja, Meister. Ja. Ich gehe. Okay. Meine Klinge ist bereit. Ich bin kampfbereit, Meister. Soll ich ihn in ihre Seele nehmen? Ja, so ist es bestimmt. Die Geister sind mit mir. Ich tue, was mein Vater verlangt. Ja, Meister. Ich bin mit. Der Feind greift uns an. 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 Die Erfungen im